Auch frisch aus dem Laser, VA-Schablonen für die Verlegung von Flexgleisen, 2 mm VA für H0 16,5 mm breit, werden ins Gleis gelegt und das Gleis hat genau den vorgegebenen Rahmen. Die VA-Version ist für den häufigeren Gebrauch, ich kann die gleiche Version oder die gleichen Schablonen auch aus zum Beispiel 5 mm MDF machen, 3 mm MDF, dann ist die eine Seite weiß beschichtet, da habe ich dann sogar noch eine Gravur in 10 Grad Einteilung drin.